Die Jubiläumsstaffel von Bauer sucht Frau biegt auf die Zielgerade ein. Auch bei Landwirt André, 30, wird es ernst. Ein klärendes Gespräch mit Hofdame Sophie, 25, macht deutlich, wie es um die Gefühle der beiden bestellt ist. Während es auf den anderen Höfen zuletzt reihenweise Körbe für die neuen Protagonisten der beliebten RTL-Show hagelte, läuft es im hohen Norden der Republik aktuell nicht ganz so schlecht. Nachdem sie sich in den ersten Folgen noch sehr reserviert verhalten hatte, taut Sophie in der neuen Episode mehr und mehr auf. Schieb mal deinen Knackarsch hier rüber, befiehlt die 25-Jährige dem Bauern etwa während einer Fahrt mit dem Traktor. Das lässt sich André, der seinen ersten Kuss von der Sozialversicherungsangestellten unter nur wenig romantischen Umständen abgreifen konnte, nicht zweimal sagen. Sofort lässt er Taten folgen. Immer offensichtlicher werden die Flirt-Angriffe zwischen den beiden liebeshungrigen Singles. Selbst das gemeinsame Aufsammeln von Pferdeausscheidungen oder der Gestank der verteilten Gülle in der Nase können daran nichts ändern. Ausgerechnet in dem Strandkorb, den André zum Auftakt der 20. Staffel an seinen Traktor montiert hatte, um seine Auserwählte auf seinen Hof zu kutschieren, fassen sie ihre Zuneigung in emotionale Worte. Happy End bei Bauer sucht Frau? Aussprache im Strandkorb bringt Klarheit. Von meiner Seite aus empfinde ich schon mehr als Freundschaft. Ich habe wirklich Gefühle für dich, gesteht der passionierte Speedway-Biker seiner gespannt lauschenden Besucherin. Und was empfindet Sophie? Droht dem 30-Jährigen etwa dasselbe traurige Abfuhr-Schicksal wie so vielen seiner Kollegen? Nein, auch Sophie fühlt sich zu dem Pferdenarren hingezogen. Mit strahlenden Augen verkündet sie, da kann ich mich nur anschließen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das mit uns was für die Zukunft ist. Ich bin auch schon ein bisschen verliebt. André ist überglücklich. Es folgt eine innige Umarmung. Dann huscht auch schon Moderatorin Inka Bause ins Bild und verweist auf das große Wiedersehen. Die Zuschauer müssen sich also noch etwas gedulden, um zu erfahren, wie es bei André und Sophie nach den Dreharbeiten weitergegangen ist.